Hallo und willkommen zu meinem Kanal Darinas Deutsch. Heute mache ich ein besonderes Video für dich und zwar meine eigene Erfahrung bei der Prüfung Goethe Zertifikat C1. Ich bereite viele meiner Studierenden und meine Schülerinnen und Schüler auf diese Prüfung vor und wollte wissen, was eigentlich da abläuft und wie die Prüfung in der Realität aussieht. Ich habe meine Prüfung erfolgreich bestanden. Hier kannst du mein Zertifikat sehen und ich möchte dir ein paar Tipps geben, die du wirklich brauchen wirst, wenn du zu einer Prüfung gehst oder wenn du wirklich dich auf die Prüfung Goethe Zertifikat vorbereitest. Starten wir mit allgemeinen Sachen. Die Prüfung dauert fast einen Tag. Meine Prüfung hat von 10 bis 17 Uhr gedauert und ich hatte dazwischen ungefähr eine Stunde Pause. Es besteht aus vier Teilen. Sprechen, Hören, Schreiben und Lesen. Ich werde im Nachhinein zu jedem Teil ein Video drehen und erzählen, was ich da erlebt habe oder wie es verlaufen ist. Wichtig ist, dass das Teil Sprechen am Anfang verläuft und dann alle drei Teile, Hören, Lesen und Schreiben zusammengetan werden. Das bedeutet, man sitzt in einem Raum von 13 Uhr bis 17 und geht alle drei Teile durch. Hier ist es wichtig, was ihr dabei haben sollt oder vielleicht sogar auch müsst. Bei der Anmeldung muss man unbedingt den Pass zeigen oder Personalausweis und auch die Einladung zu der Prüfung. Ihr dürft auch mit in den Raum einen Stift mitnehmen, einen Kugelschreiber, einen Fühler. Ich empfehle aber nicht nur einen Stift mitzunehmen, also nicht nur einen Kugelschreiber, sondern auch einen Bleistift. Ich hatte diese zwei Sachen dabei, also ich hatte einen Bleistift mit einem Radiergummi und einen Stift, der gut geschrieben hat. Warum ist es wichtig? Wenn ihr schreibt, schwitzt manchmal dieser Teil von eurer Hand und der Stift oder ein Kugelschreiber schreibt nicht immer. Wenn man aber schnell schreibt, hat man ein bisschen Panik, dass paar Sachen nicht aufgeschrieben werden, zum Beispiel wenn ihr Notizen macht. Daher funktioniert der Bleistift immer. Außerdem empfehle ich unbedingt Wasser zu nehmen. Die Prüfung hat sehr lange gedauert und um fit zu bleiben, um eigentlich mehr Blut im Kopf zu haben, bräuchte man auch Wasser. Ich habe viel Wasser getrunken und in jeder Pause habe ich meine Flasche nachgefüllt und das hat mir geholfen. Vielleicht wäre es auch nicht schlecht, Traubenzucker mitzunehmen. Traubenzucker hilft ein bisschen unseren Blutdruck zu erhöhen und auch wenige müde zu sein. Also als Zusammenfassung sollt ihr dabei haben euren Pass oder euren Ausweis, eure Einladung zu der Prüfung, einen oder zwei Kugelschreiber oder Fühler, unbedingt einen Bleistift mit einem Radiergummi, Wasser, eine Flasche Wasser und Traubenzucker.